hallo heute kommt wieder mal was ganz ganz anderes ja also ich komme immer wieder auf neue ideen und ich komme immer wieder in neuen schwierigkeiten jetzt habe ich angefangen wieder mal trompete weiter zu spielen und jetzt hatte ich mir ein flügelhorn gekauft und das war ein billiges und auch was wolltest du auch schon immer mal flügelhorn spielen und hat es aber keine lust jetzt 3000 euro hinzulegen oder 2000 euro oder 1500 euro dann bleibt dran wenn dir meine sachen gefallen dann lass bitte ein like und subscribe da applaus ist das brot des künstlers heute geht es um einen unfreiwilligen test der besonderen art ich habe hier ein flügelhorn also hier sieht man es besser das ist eines der sogenannten amerikanischen bauweise es hat perinée ventile ja an sich macht es von der verarbeitung her einen recht guten eindruck es ist das fh 600 eines großen musikalienhändlers eigen marke thomann und ich habe festgestellt nachdem ich es ein viertel jahr gespielt habe dass ich über gewisse probleme nicht hinaus komme am anfang als anfänger denkt man natürlich die fehler liegen bei einem selbst mein ansatz ist mies der ist wackelig der ist instabil und wenn die töne vergurkt oder krumm klingen dann ist es natürlich meine schuld ich habe aber auch eine trompete das ist hier eine alte jama und zwar ist es das vorgängermodell zur 33 35 das ist die 23 35 ja also schüler trompete ganz klar aber der vorläufer der legendären 33 35 günstig gebraucht gekauft und funktioniert an sich recht gut und ich vergleiche in diesem video wie gut beide stimmen dazu verwende ich ein stimmgerät im pc und das heißt also ich spiele hier in mein gut old pot mic mit beiden tröten hinein und dann sehen wir mal die unterschiede in der intonation man kann unschwer erkennen dass hier bei dem einen instrument die töne etwas ungünstiger angeordnet sind und etwas krumm intonieren verglichen mit dem anderen perfekt ist mein ansatz natürlich bei beiden instrumenten nicht aber man erkennt sogar bei meinen bescheidenen spielfähigkeiten dass es da von der qualität her unterschiede gibt ich habe auch neulich den test gemacht und habe ein anderes flügelhorn bei einem bekannten gespielt und habe dann auch festgestellt hoppala heureka die töne stimmen auf dem anderen instrument besser als auf meiner fh 600 kanne also es kommt jetzt der test wie man hier sieht habe ich ein video aufgenommen ich und ein flügelhorn um zu zeigen was passiert wenn ich dieses flügelhorn bediene das ist ein stimmgerät name gebe ich unten in der video beschreibung an das ist also eine ein programm das unter linux läuft und das das ist mir erlaubt dann über das mikrofon hier die stelle die geblasenen töne auszulesen schauen wir uns mal an was bei diesem test herauskommt der erste ton sollte ein c sein da die trompete ein transponieren das instrument ist kommt hier ein b oder ein a ist und wie man hier sieht alles paletti jetzt sollte ein d kommen also ein klingendes c funktioniert auch und jetzt kommt hier aber ein dis gegriffen wird jetzt hier ein e und das klingen der ergebnis muss einen ton tiefer liegen ja also aus einem gegriffenen e wird dann kein s oder dies sondern sollte ein e werden d zu e genau sollte ein d werden die diese und wir haben hier ein dis also gerade mal ein halbton man sieht hier ich greife das e und jetzt kommt das f aufgepasst das f ist hier ziemlich nahe am e hat da sollte ein s kommen kein e jetzt sind wir bei einem gegriffenen g und es kommt ein ein efter natürlich bei einem gegriffenen g wie man wie man hier gerade gesehen hat ich gehe noch mal kurz eins zurück da sind wir jetzt beim problemton f da kommt jetzt das geht ja das gegriffene g das stimmt ziemlich gut und jetzt kommt das gegriffene a und das zeichnet g an das stimmt jetzt auch wieder jetzt haben wir ein haar ein tönen des a stimmt auch wieder jetzt kommt ein b da stimmt auch wieder das waren jetzt also die wichtigsten töne die man jetzt eben so braucht auf dem flügelhorn oder auf der trompete und was jetzt sich hier erkennen lässt ist alles was mit diesem ventil zu tun hat hier mit dem ersten ventil da auf dem man zeigefinger liegt das funktioniert nicht richtig diese gegriffenen töne sind deutlich zu hoch das kann man auch mit einem sehr sehr guten ansatz nicht mehr ausgleichen so jetzt kommt die gegenprobe das war jetzt also ein fh 600 vom großen t das ich hier getestet habe und jetzt kommt hier als gegenprobe eine yamaha trompete eine 2335 also das vorgängermodell der legendären 33 35 es kommt natürlich wieder die normale c-dur-tonleiter ja das heißt klingen b passt dann kommt das d klingen c da habe ich nicht vernünftig getriggert das ist ein bisschen zu hoch also ich habe den ventilzug den dritten nicht richtig herausgezogen ja aber jetzt hier sieht man dass die funktioniert soweit dann kommt jetzt hier das e das ist auch im erträglichen rahmen das f was bei dem anderen ein furchtbarer problem ton ist ja gegriffen f was dann ein klingendes sein soll und kein klingend e wir haben hier ein klingen es also ein dies funktioniert das ist im normalen rahmen da spielen jetzt ein g 11 passt auch wieder dann spielen wir ein das ist auch hier in dem bereich dann spielen wir hier das c2 funktioniert auch mein ansatz war nicht optimal deswegen mache ich gerade ein krummes gesicht nicht ablenken lassen davon also wenn die töne sich hier so in dem bereich bewegen das kann man alles mit dem ansatz ausgleichen ja aber wenn es in einem anderen noten stufe in einem anderen noten halbton in einem anderen intervall drin ist keine chance kann man vergessen endergebnis und fazit ich kann mich jetzt nicht großartig über die firma selber beschweren bei der ich dieses günstige flügelhahn gekauft habe die firma ist bei umtäuschen und reklamationen immer sehr entgegenkommend und kolant großes lob ich konnte das flügelhahn auch wieder zurückgeben und da ich mit ihm unzufrieden war das war überhaupt kein problem trotzdem ist es leider so es ist nicht wirklich spielbar wenn die intonation so weit vom normalzustand abweicht ich spiele in einer blaskapelle inzwischen in der es wichtig ist natürlich dass der zusammenklang stimmt und da fällt man natürlich mit so einer krummen intonation auch komplett aus dem rahmen ja das heißt die suche geht weiter eventuell kommt hier demnächst mal ein video mit einem anderen instrument das für mich vielleicht besser passt einstweilen spiele ich noch meine alte jamaha tröte weiter ich habe ja leider nichts besseres macht's gut tschüss leider gewogen und für zu leicht befunden so so so